Hallo Glock, wollen wir ein Thumbnail machen, wir beide nebeneinander? Ich führ da einfach so weg. Nee, ich hab gefragt ob wir ein Foto machen, du Idiot. Hier bleiben. Nix passiert, oh tschuldigung. Entschuldigung. Hüste spielen, gerne Hüste spielen. What the? Oh du Arsch. Oh Gott. Alter, aua. Ey. Das ist immer lustig, das ist einfach gemein. Hallo Yoke. Du bist nicht stark und 1 gegen 1. Ich schockere, ich würde ihn einfach durchlassen. Würde ich auch sagen. Oh Scheiße. Oh Gott. Ich schockere, ich schockere, ich schockere hier. Du bist nicht stark.